Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Hex It! Ich würde mich heute gerne mal im Zombie-Bettel wagen. Das heißt, wir nehmen Rüstung. Warte mal, wir entleeren erstmal alles. Moment. Die Zombies sind leider lautlos, aber okay. Teilweise lautlos. Gut. Und wir geben erstmal, wir machen uns das mal ein Inventar zusammen. Ich verzauber auch alles schön, genau. Alles wird das stärkste Schwert. Tja, wenn ich das wohl wüsste. Wenn ich das wüsste, Leute, wäre ich schlauer. Hm. Spiker King. Spektrolod nehmen wir mal. Haben wir sogar 64 mal. Okay. Okay. Dann... Nehmen wir uns mal eine Rüstung. Wie diese hier. Völlige Aura 3. Okay. Mal gucken, ob das mir Schaden zufügt. Verbindung können wir auch da so zufügen. Ne gut. Ne gut. Ne gut. Ähm. Ne Schwert, ne Rüstung. Schwert. Ups. Wollt ihr das Schwert eigentlich verzaubern? Ach, jetzt wüsste ich schon das Problem. Gut. Okay. Dann nehmen wir mal alles maximal. Geht bis 5. Okay. Ne, gibt es auch noch mehr. Wenn ihr bloß haltet lesen könntet. Schärfe. Okay. Gut. Schärfe Bahn haut nicht hin. Nehmen wir das Heuswil. Verpünderung brauchen wir nicht. Verpünderung nehmen wir 4. Nehmen wir was Neues. Gut. Genau. Und Teilbarkeit ist irgendwie nichts drin, ne? Ne. Gut. Genau. Und dann nehmen wir hier alles Schutz. Schutz sehen. Ähm. Auch Schutz sehen. Machen wir mal alles Schutz. Schutz. Okay. Und Schutz. So. Gut. Ich glaube da können wir schon loslegen. Ich werde aber mein ganzes Inventar erstmal leer machen. Weil. Dann können wir jetzt in Zombiesachen da speichern. Ja. So. Moment. Sind der gerade nicht weg. Andere eigentlich nur noch ne Spitzhacke so gesagt. Scharfelt. Und ne Schaufel. Und ne Schaufel. Und fahren wir die Schaufeln. Schaufel. 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 Okay. Gut. Auf geht zum Zombie bitte. Ne 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 suchen wir uns ein Cave Setzen wir uns ein Cave Wir brauchen ein Cave Ganz dringend Setzen wir uns ein Cave Wir brauchen ein Cave Wir müssen nur versuchen Wo es sich ein Cave befindet Wir setzen ein Cave Wir müssen nur von der Höhle finden Sonst bringt das nichts Wir suchen ein Cave Wir finden ein Cave Und wir gehen nur in die 9 Aktivieren wir uns die Nachtsicht Moment Denn brauchen wir uns nicht hier im Dunkeln abquälen Wir brauchen ein Cave Brauchen die Nachtsicht Dass es weiter geht Moment Wir brauchen Nachtsicht Wir brauchen Nachtsicht Nein Aktivieren wir 14 Nachtsicht A C H T Und schon ist das Problem hier Sehr schön Machen wir drei jetzt in 24 Minuten genau Gut Ich glaube dann kannst du schon los gehen Okay Wie ist das ein wenig gemachten Geräusche manche eben nicht Aber das Cave ist zu klein Das gefällt mir immer so ja nicht Das Cave ist zu klein Ach du Scheiße Wie soll man denn ein Giechen erfinden Wenn das Cave so public clean ist Alter Ach hier ist auch noch runter stimmt ja Hallo 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 Wo ist ein Cave was in die Tiefe führt Das war noch eine Frage ja Ach ne Dann machen wir es mal anders Egal wenn ich so schnell abfurtzen hier Als ob ich Als ob ich mich sowas von verarschen lasse und denke Mach hier nur Zombie bitte oder was Das können die Sigma vielleicht aus dem Kopf schlagen Moment das ist mir zu laut Toggle down Voll Der Regen kommt später an Tritt mir nicht so um Vertrauen zu Es ist auch schnell ein Cave Wir brauchen ein Cave Und wir finden mal wieder nichts Das ist mir wieder voll klar Wir finden keine scheiß Gegner Alter das ist voll peinlich Hey wo sind die scheiß Gegner hin Hey das ist kein Witz alter Hey Hey Ja Schwächer wo seid ihr alle Krampen ich such euch Krampen Krampen wo seid ihr Was ist das Jungs ein Stirwi ok Wir wollen aber Zombies suchen Und keine Dingsbubens Ist halt schon ein Cave Wir finden kein Cave Hinten der Stirwis Ok Wir finden immer noch Kinder Zombies Wie ist das ist peinlich Und da ist irgendwie ein Bug Hier ist irgendwie ein epischer Bug drin Ok der Bug ist behoben Ok ernsthaft Redstone an der Oberfläche Ist das wirklich euer Ernst Ist das wirklich euer Ernst Wir müssen doch irgendwo bloß ein paar Gegner finden Aber es ergibt sich nicht Ja Ja Ist ja das witzig alter Ok Ist das irgendwo geknallt Hä Hey wo seid ihr Scheiß Wie ich seid Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab Irgendwo was Ok Das war nothing Nichts Mit dem was erfahrungspunkte Die sind das mal egal Ist das schon ein Zombie Wir brauchst hier einen Zombie Fangen in die Fresse ein Ja Wenn wir wieder hochkommen würden Hallo Zombie versteckt dich nicht. Ey du Alter. Ey dieser Scheiß-Zombie. Dieser Scheiß-Zombie. Wo ist das Kind versteckt, Alter? Mal sehen, ob die Vögel da aggressiv sind. Warte mal. Jürgi, ist der aggressiv? Wenn er sein Kreuz aufdecken kann. Nö, er ist nicht aggressiv. Also seht schon mal weiter, ja. Okay. Zombie, komm doch mal raus, Mensch. Du blöde Verratze, ey. Also lass uns mal kurz wieder ein bisschen an, dass Kinder Zombies geworden, Alter. Ernst, aber du kotzt mich ein bisschen an, ey. Zombie. Jetzt mal ernsthaft. Auch hier sind unsichtbare Steine. Okay, warte mal. Okay. Wow. Ja, aber Plattform funktioniert nicht mehr. Dann Dankeschön. Da hatte ich mal nochmal einen kurzen Cut. Tut mir leid, dass das jetzt nicht geklappt hat. Äh, keine Ahnung, was sich aneignet hat, aber okay. Dann müssen die Plattform nicht reagiert. Ja, dann ist es nur die Reality. Also, das kann alles bedeuten, kann alles heißen. Boah, nicht Skelett, Alter. Ernsthaft, ich will Zombies verprügeln. In ganzem Stubis habe ich auch schon mal ein bisschen verprügeln. Warte mal. Ich muss erst mal Futter, 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 Futter. Also ich weiß nicht, was Java Plattform reagiert nicht mehr, aber ich bin nicht gar nicht online. Ich weiß nicht, also war ein Online-Bag oder was auch immer. Ich weiß nicht, dass ich jetzt die ganze Welt zerstört habe. Wo ist denn was zu futtern, ey? Hm. Spinne hat die Fresse. Hm, Kartoffeln. Ist kein Fleisch? Nee. So, jetzt kann es los hier hin. Spinne. Ha, der kann nicht schwimmen, Alter. Ne schwimmunfähige Spider. Ach, wie schlägt man nochmal, ey? Okay. Was ist das für ein Teil? No ne Spinne. Juri. Ha, ha, ha. Sag mal, heilt die sich irgendwie. Okay. Noch mehr Spielen. Ich weiß ja nicht, wie man hier Kipp Inventory machen kann. Wow. Creeper. Ich hab das nicht verschützt mich mal irgendwo und sicher ihre Begebenheiten. Ja. Alter. Also die ganzen Spawner Käfe hier, stimmt ja. Ich muss mich vor die Creeper verpissen. Ey, seid nicht mehr so unsichtbar, Alter. Spinne, ey. Ich weiß nicht, wie man es liegt. Scheiße. Dreck. Dörrt. Alles klar. Ich weiß nicht, was das für Dinger hier sind. Keine Ahnung. Ja, das ist ein Zeugnacken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das für Dinger hier ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Oh nein. Siehe Päume liegt hier. Begraben. Begrabschen. Warum spawnen keine Zombies? Warum spawnen keine Zombies? Alter, ich stehe wie ihr wünscht. Skellerte, warte mal. Ich will mal einen kurzen Bogen researchen. Bögen. Ja, das ist ein langer Bogen. Okay. Ja, wir brauchen Bögen, Alter. Und was war dieser Fälle? Stone Error. Paper Error. Slim Error. Was ist das? Slim Error. Nein. Ja, was? Steel Error. Und da Dann brauchen wir bloß einen Bogen, ja. Und wenn wir ihn finden würden... Bogen! Das ist einfach ein Dark-Bogen. Dark-Dark-Bogen. Okay. Jetzt soll nicht die Scheiß-Skelette haben sich wieder vom Feld verpisst. Also nein. Finde ich mir sehr gar nicht cool. Wollt ihr searchen? Ein Creeper und ein Zombie. Ach, wie süß. Wehe, du machst mein Haus kaputt, Creeper. Wehe, ich warne dich. Du machst mein Haus nicht kaputt. Das ist mein Haus. Das ist mein fucking Haus, Alter. Meins, meins. Alles meins. Alles meins. Stil wie alles meins. Ihr könnt ja eigentlich... Oh, Rückstoß. Oho, Alter. Geil. Okay. Ja. Ja. Ne. Wieso... Klipp ich mich hier... Irgendwie rauf? Okay. Okay. Zombie. 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 Wo bist du? Ach, leck mich doch, wenn ihr euch nicht sehen lässt, ey. Also langsam nervt doch ganz schön. Ah, da ist er ja. Ich wollte schlagen. Ja. Nicht du, mein feiner Herr. Du kannst später schlagen. Weil ich für ein kreativ bin und du nichts machst. Okay. Ja. Okay. Das Wort ein Penguin oder wie wird das englisch heißt. Ich kann anfänger englisch wie gesagt. Ich kann kein englisch, weil ich dumm bin. Ja, das ist ein Stillskelett im Moment. Die knall ich jetzt... Ey! Die, 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 die porten sich einfach. Doch. Ey! So was wird er mal ja auch nicht. Ey! Nein! Herr Skelett! Das finde ich mir so gar nicht cool von dir. Okay. Wir können den Bogen nicht abschießen. Du wirst irgendwann mal einen Standardbogen nehmen. Einen Standard. Okay. Gehen wir nach unten. Autsch. Ach. Ich fahr mal nicht, wenn man irgendwo mal einen Cave finden würde, ja. Bitte schenk mir ein beschissenes Cave, Mensch. Ich würde auch einfach eine langweilige Höhle finden, ey. Bitte schenk mir ein Scheißhöhlen, Dingsbums. Was ist daran so schwer? Da ist Eis. Da heißt dann was irgendwas... Nee. Warum gehen die mir keinen Cave, Mensch? Was ist denn das für ein Glitch, Alter? Ja. Ja. Ach nee. Hör bloß auf. Stuhl, hör bloß auf. Ich search noch einen Cave und ich krieg gehen, oder wat? Seid ihr voll Banane, oder wat ihr halt da? Bitte gib mir einen Cave, bitte gib mir einen Cave. Gib mir doch einfach eine hartgefickte Scheißhöhle, Mensch. Oh. Oh, voll erschrocken. Okay. Ein Pinguin, was irgendwelche Geräusche macht, alles klar. Wenn man nicht viel Leiter hat, ich bin nur nur gierig. Wer nicht aggressiv ist oder nicht frei ist. Ja, das ist jetzt normal. Okay, lass Menschen hin. Gut. Ähm, ja. Gib mir doch einfach einen Scheiß, Cave, Mensch. Was ist daran so schwer? Gib mir doch einfach ein beschissenes Cave, Mensch. Zombie, willst du mich verarschen? Zombie. Ups, ne gut. Zombie, willst du mich verarschen eigentlich? Ja, er will mich verarschen. Ich bin schwimmlicher Wohnteidherr. Er geht noch einmal in sein Häuschen rein. Hallo Stierwigs. Er könnt mich ja gerne zum Sponpunkt bringen, mit dem er mir das Leben nimmt. Hallo, ich will da rein! Zeiten ja nicht. Ja, ich höreste ja oder was? Danke. Hallo, Jubi. Hallo, Spiders. Okay. Die Java-Plattform kackt bestimmt gleich wieder ab. Hallo. Hallo. Jubis. Okay, jetzt ist er mal elektrisch hier richtig. Warum auch immer so viel Mobs, soll ich ja nicht spawnen. Auf die Fresse! Oh, Zombies. Oh, Zombies. Wissen wir nicht, dass ein Gegner so viel lecken kann? Oh, Zombies. Spinner-Depressor. Auf die Fresse! Oh, Zombies! Schaden den Club. Oh, ist er hier nicht irgendwie so? Oh. Ich weiß nicht warum ihr da abpackt haben hier. Ja, alles klar! Ich bin, ey. Ach, du bist so nervig, die, Alter. Ich mach gleich eure Käfige kaputt, fern mit die Fresse, ey. Ich geb euch noch ein Geräusch. Ich mach die Käfige kaputt, ich tu das. Okay, ich hab das jetzt aufgeräumt. Kaputt machen. Und... Ich mach das im Teller kaputt, Alter. Oh, Zombie, ey. Was ist los, warum brennt ihr denn alle, ey? Darf ich euch nicht mal verpfühlen? Ja, klar doch. Okay, die Spinnen recken alle nacheinander ab. Hey, Stewie. Komm, teleportier mich nach Hause. Wenn ich mich keine, ich wenigstens bin ich wenigstens wieder... Oh, wow. von der Käfspader. Ne, 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 ne. Jetzt haben die... Käfspader. Käfspinnen. Aaaaah, die recken alle ab, ey. Oh, ist das traurig. Oh, ist das traurig. Okay, die spielen verrückt. Was ist denn diese doofen Kleinen hier alle falsch an oder was? Das hat mir viel wies. Alles klar. Hallo Spinne, hallo Splatter, Splatterboy. Ich mach eure riesigen Käse hier kaputt nur als Info. Spinne hat ja mal die Klappe, Mensch. Kann man nicht mal hier in der Ruhe den erkundigen? Und natürliche Geräusche macht. Die spinnen machen und viel zu beschissen Geräusche. Hey, nicht rausschubsen! Finde ich mir so gerne, ich kann nicht rausschubsen, Alter. Nein, du schmeißt mich nicht raus. Nein, vergiss es. Spinne, vergiss es. Du schubst mich nicht raus. Das kannst du vergessen. Das können wir alle mal vergessen, Alter. Ihr schubst mich nicht raus. Nein, 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 nein. Ich komm in den Ebenen rein und seid ihr alle tot. Tot, 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 tot. Ihr kriegt mich nicht, weil ihr scheiße seid. Hier. Okay. Wir gehen mal weiter nach oben. Oh, Skilette kommen hoch an. Komm, Stierwee, ja. Ich kann es aber teuer schließen, Alter. Ich kann es aber teuer schließen, Alter. Okay, die kriegen sie so mal den Skeletts vorne. Dann könntet die schneller ausouten oder den man was nennt. Hallo, Spinn. Hallo, Spinn. Hallo, 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 Hallo. Hallo, Zombie. Zombie, Spinn. Ich bin Zombie. Okay. Okay, die recken die alle nacheinander. Wow. Und auch Zombie doch gewonnen hat. Spektral ist irgendwie. Ja, macht mal das Passieren. Ist ja irgendjemand? Okay. Ich bin mal kurz, weil ich hier, das hier zerstört habe, meine Errungenschaften einsammeln. Nein, du schaffst mich nicht raus. Das Haus gehört ab sofort mir. Nein, du schaffst mich nicht raus. Kinn ist ja noch in Ordnung, aber nicht rausschubsen. Nee. Was ist das für ein Spinn? Okay. Er ist tot. Alles klar. Er ist verstorben. Und die Spinne ist auch verstorben. Ich vergesse mal seinen nästigen Käsch kaputtmacher. Ich sagte, ich würde das kaputt machen. So, Moment mal. Jetzt habe ich eine schöne da. Vollkommen schwer. Schön. 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 So merke ich das. Hau, Zombie. Lass mich mal ganz kurz wählen. Ich muss meine Nummer wählen, Herr Zombie. Meine Telefonnummer. Ich muss ein Gespräch halten. Hau, 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 Hau. Ja. Wie lange die Hälfte nicht bekriegen, gehe ich mal nach oben. Und zerstörst mir den Skelett Spawn. Schwindereck ab. So, Skelett, ihr habe mich noch einen Spanner kaputt. Ach, das ist jetzt voll kaputt. Ja, ich bin ein Eis ist helder. Ja, ja, ups. Okay. Das wäre eine Wahnsinnsparty. Oh, der Spanner ist schon kaputt. Okay, da bin ich runter geflogen. Und ich bin runter befleidiert. Zombie, mach keinen Stress. Skate, du machst auch keinen Stress. Ihr kleinen Kinder, Mensch. Nein, 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 nein. Doppel dreifach, Kiste. Zombie, so aufs Maulchen. Moment. Zombie hat dich besser. So, Moment. Ja, ich warte ins Bett kaputt. Ihr könntet mir nicht aufhalten. Nein, ich bin psycho. Uah. Autsch, Spinne. Moment. Was, warum gehen die ganzen Sachen hier kaputt, ey? Sucking creeper mit bei, ey? So, jetzt krieg mich. Ja, schön, kein Käfig kaputt. Könnt ihr mir sonst was andrehen? Könnt ihr mit dem Kopf der Digga auf die Fresse ziehen? Haha, ich hab's kaputt gekriegt. Was hast du in uns gelebt? Was hast du in uns, Homie? Mensch, da sehe ich nach dem Käfig mehr. Ja, genau. Haha. Kleine Stewie seit her. Wow, 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 wow. Okay. Ja, da ganz harte hier. Ui, wie schön. Oh, er ist verstorben. Hallo, Sturie. Habe Dorfbewohner. Alles Skelettface. Warum brennen wir alle ab, Alter? Da besteht nicht. Die können die denn Feuer fangen? Das ist ja voll billiger Glitz. Ich geh mal wieder nach oben. Okay, stirb, stirb. Jut. Stirb. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen nach oben zu kommen. So, weh halt die Fresse. Ach, die Spei das, ey. Nee, spinnen! Noch ein Skelettwarner. Den mache ich kaputt. Skelettwarner zerstören. Das ist wichtig. Das ist wichtig jetzt für die Infotation. Okay, ja, 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 schön, schön, schön. Ach, die reicht mal ab, ey. Nein! Großes Inventar. Hoi, es ist Ruhe. Nih 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 nih, Facaut die Fresse ein, weil ihr so scheiße seid, Weil sie mich nicht auf, dass ich komme, Zombie, Zombie spawn, Steelets spawn, Hatte die Skid tausende Fresse in hier, wollt ihr alle mal nach's Maul, wollt ihr auf die Fresse, Mensch, wollt ihr auf die Fresse, ja das wollt ihr, weil ihr schüttlich seid, wir würden mit auch auslösen wenn es den fünften stockwerk oder so sollen wir auf zu stellen wir machen stress weil wir hier nicht üblich sind Jajajajaja, Kleiderkressen, ja? Brennt mir alles schön ab, Mensch! Ich weiß nicht, warum mir Brenntut! Was soll denn der Glühs, Alter? Ahaha, Alter, viel Spiegelich, Alter! Meine Rüstung ist ja kaputt, denn wir können halt hier bald wenigstens in Ruhe beenden. Alter, was für ein Aufruhr hier. Ich weiß, ihr könnt jetzt was essen, es ist aber auch ein bisschen egal. Ich versuche, wenigstens noch ein bisschen hochzukommen. Werde sehen wir besser, Skelett, du oder ich? Ich bin noch besser. Noch bin ich besser? Okay. Ich soll wenigstens gehen immer zu reaktivieren. Zombie! Jo, ich kann den siebten... Ich will den sieben Stock! Komm, schneller! Ich verwende jetzt den sieben Stock. Alle guten Dinge sind sieben. Alle guten Dinge sind Heaven! Ich bin gleich down, liebe Leute. Nur als Info. Aber trotzdem war ein lustiger Kampf, Alter. Ja. Dann wissen wir, wie ich da gespawnt werde. Weil da sind nicht okay. Das war... Verlaufen nicht ja bis zum Ultimo! Autsch! Spitzackengetack! 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 Jo, Leute! Okay! Ich bin jetzt doch oben! Ihr wisst, weiter da ist! Wir gehen zurück ins One Cage. So! Okay! Wie es weiter geht, erfahren wir dann im nächsten Part. Also bis dann, liebe Zuschauer! Bis dann!